Willkommen hier zu Kein Ding. Die Philosophie, die Praxis von Kein Ding. Eine neue Lernmethode, die sich damit beschäftigt mit der Idee, dass wir alle sind, was wir gelernt haben. Und dass der einzige Lehrer, der uns wirklich irgendwas beibringen kann, ist Erfahrung. Wir alle lernen von Erfahrung. Wir alle entwickeln uns so, wie wir uns entwickeln. Mein Ding ist mein Ding, ist mein Bewusstsein, wie ich mich entwickelt habe, wie ich mich gebe, wie ich denke, wie ich mich fühle. Und durch diese innere Welt, durch mein Bewusstsein, erschaffe ich meine eigene Realität. Und so ist das für jede Person in der Welt. Und dies zu erkennen ist wirklich kein Ding, ist voneinander zu lernen. Da wir ja alle nicht nur Studenten sind in der Schule des Lebens, aber wir alle sind auch Lehrer, weil wir alle lehren, was wir gelernt haben. Und das zu erkennen, sich damit zu beschäftigen, ist wirklich kein Ding. Die Schule von Kein Ding ist die Schule des Lebens, die Schule des Lernens. Die Schule, ja, voneinander, miteinander zu lernen, eine neue Welt zu erschaffen, die mit dem sie anfangen, ihre eigenen Fragen zu stellen und in sich reinzuhören, wo alle Antworten liegen. Die Lösungen zu jeglichen Problemen liegen in uns selber. Die Wahrheit liegt in uns selber. Und die Wahrheit wird uns freisetzen. Der Punkt ist auch hier zu erkennen, dass wir alle schon unsere eigene Wahrheit leben. Wir alle aktualisieren, was wir realisieren. Wir sind, was wir gelernt haben. Und ja, das ist wirklich der Punkt, sich darüber bewusst zu werden. Über sich selber, was ich gelernt habe. Indem man wirklich lernt, andere Menschen kennenzulernen, was die gelernt haben. Wie die sich entwickelt haben. Was natürlich nur möglich ist, wenn man andere Menschen lernt, so zu sehen, so zu nehmen, wie sie sind. Man lernt, die Verhaltensweisen anderer nicht persönlich nimmt. Eine äußerst schwierige Sache ist machbar, ist lernbar. Mehr, aber man kann das praktizieren. Es gibt eine Praxis dafür. Und wie Sie das machen können, was auch immer Sie eigentlich verbessern möchten, ist eine Kunst dabei. Die Kunst des Lernens, würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Und das ist ja wirklich wie die besten Dinge im Leben. Kein Ding. Wenn Sie, denn die Kunst des Lernens, würde ich Ihnen gerne machen? Und wenn Sie, ich gern helfen, dann haben Sie ja auch noch zu sehen. Auf Wiedersehen. Effici-Genergie. Ich bin ein paar Mal. Auf Wiedersehen. Ich bin kein guter Typ.